Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei einem kleinen Quick Movie zum Thema Minecraft heute. Ich bin der Black und ich begrüße herzlich alle YouTuber und Abonnenten von mir und recht herzlich begrüße ich auch den Down4Life, denn dieses Video ist eine Videoantwort zu seinem Movie zum Thema Tunnel aus Zäunen. Und ich habe mir da was Kreatives ausgedacht und bevor es jetzt hier weitergeht und ihr überhaupt noch nicht Bescheid wisst, worum es eigentlich geht, hier ein kleiner Ausschnitt aus seinem Movie. Und jetzt möchte ich nämlich mit den 3, 2, 1, meins, mit diesen Zäunen möchte ich einen Durchgang bauen. Viele kennen das, die bauen unter Wasser mit Glas. Ich habe mir überlegt, mal mit Zäunen da was anzufangen. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an, hier komplett alles mit Zäunen voll zu machen. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was Sache ist. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter zu den Bauten, die ich da hochgezogen habe. Ich habe mir gedacht, so eine schöne kreative Idee, da muss man auf jeden Fall mal was machen. Und ich habe mir einfach mal mit dieser Idee von Down4Life, mit den Zäunen und so weiter und so fort, habe ich mir mal so ein Häuschen gebaut. Zwei Stück, eins steht da und eins ist hier. Ups, eins ist hier. Und das ist das Haus des Wassers. Und ja, das Haus, also die Wände sind, Außenwände sind 12x12. Sieht so relativ groß aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Und wie man auch sieht, ist es ein bisschen eng hier drin. Habe ich mir eigentlich auch gedacht im Nachhinein, deswegen habe ich noch ein zweites Haus gebaut. Auf jeden Fall, so sieht es von innen aus. Finde ich auf jeden Fall sehr schnieke mit den Wänden und den Zäunen. Das ist auf jeden Fall eine echt klasse Idee von dem Down4Life. Und wie man auch sehen kann, benutze ich auch sein Texture Pack. Denn mein Favorite Texture Pack ist leider nicht mehr up to date. Und deswegen habe ich mich mal deines Texture Packs bedient. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Das ist echt ein schönes Texture Pack. Gefällt mir gut. Thumbs up für dich. Und gehen wir mal weiter zu dem zweiten Haus. Und wer hätte gedacht, das besteht aus Lava. Das ist das Haus der Lava. Warum habe ich eigentlich den? Na gut, egal. Auf jeden Fall, das Ding ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer. Sandstein, Zäune, Lava entlang. Das Ding ist 16x16. Und hat eine Innenfläche zum Laufen von 100 Blöcke. Also 10x10 Blöcke innen drin. Und das Ding ist auf jeden Fall schon um einiges größer. Bietet auch viel mehr Platz. Und da habe ich mir auch gedacht, damit das alles ein bisschen schöner aussieht, gehen wir einfach mal rein. Da habe ich das auch ganz so ein bisschen möbeliert. Ein bisschen schöner gemacht. Und wie gesagt, man hat alles hier. Crafting Box. Rülfen, die irgendwie in die falsche Richtung gucken. Eine Truhe. Ein wenig Büchlein. Bett natürlich. Und joa. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Quick Movie nur. Und vielen Dank nochmal an den Down for Life für die tolle Idee. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Video rein tust. Als Video-Response war ich eigentlich auch dafür gedacht. Und ja, wenn ihr Bock habt, lasst euch inspirieren von seinen Videos, von meinen Videos. Wenn ihr Bock habt, das Gebäude hier, solche Häuschen nachzubauen. Ich werde diesbezüglich auf jeden Fall auch ein Tutorial machen. Nichts aufwendiges. Auch nicht sehr schwer. Geht ganz schnell. Und ja, wenn ihr Bock habt, klickt drauf. Schaut es euch an. Ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.